Lektion 14 Vierzehnte Lektion Letzter Tag in Berlin Erster Teil Jetzt sind wir länger als vierzehn Tage in Berlin gewesen. Es hat uns hier gut gefallen, obwohl das Wetter nicht immer schön war. Trotzdem haben wir viel gesehen. Der Besuch im Schillertheater und das Konzert in der Musikhochschule haben sich besonders gelohnt. Heute Vormittag möchte ich gern noch einmal ins Museum nach Dahlem. Renate will wohl lieber zum Schloss Charlottenburg fahren. Familie Schulze hat uns zum Abschied noch einmal zum Mittagessen eingeladen. Sie sind sehr nett und wir haben uns alle gleich gut verstanden. Gegen Abend fliegen wir schon wieder nach München zurück. Zweiter Teil In der Universität Herbert, wann hast du eigentlich zu studieren angefangen? Oh, das war vor ungefähr viereinhalb Jahren. Warum fragst du? Ist dir bekannt, dass fast ein Drittel aller Studenten in Deutschland das Studium nicht zu Ende bringt? Willst du mir Angst machen? Woher weißt du denn das? Das habe ich neulich in irgendeiner Zeitschrift gelesen. Ist es nicht erlaubt, das Examen zu wiederholen? Das kommt darauf an. Meistens ist es nötig, ein Jahr zu warten. Weißt du schon, welcher Professor dich prüfen wird? Ja, natürlich. Ich habe schon oft mit ihm über meine Arbeit gesprochen. Du, Herbert, ich habe schon wieder furchtbaren Hunger. Du armes Kind. Du hast seit zwei Stunden nichts gegessen und getrunken. Komm, wir gehen in die Mensa. Dort bekommen wir ziemlich schnell etwas. Neue Kleider Willst du wissen, was wir heute gemacht haben? Du siehst so glücklich aus. Sicher habt ihr viel Geld ausgegeben. Eva und ich sind auf einer Modenschau gewesen. Dort haben wir ein paar hübsche Kleider gesehen. Oder besser gesagt, ein paar gute Ideen für Kleider. Die sind ganz leicht selber zu machen. Warum hast du dir dann ein neues gekauft? Ah, das ist eine andere Geschichte. Wir waren außerdem noch in einer Boutique. Die Kleider waren billiger und besser als gewöhnlich. Eva hat mir beim Suchen geholfen und hat zwei sehr nette Kleider gefunden. Das Weiße war vielleicht hübscher als das Gelbe. Aber das Gelbe hat mir besser gepasst. Hast du es genommen? Ja. Hoffentlich sagst du nicht, dass es wie ein Faschingskleid aussieht. Der Abschied Herr Raffke, es war sehr freundlich von Ihnen, uns zum Flughafen zu fahren. Wir danken Ihnen vielmals. Ja, und dir, Eva und dir, Herbert, auch noch einmal herzlichen Dank für die herrlichen Tage. Der Abschied fällt mir dieses Mal gar nicht schwer. In zwei Wochen, an Weihnachten, kommt ihr ja dann zu uns nach München. Und anschließend geht's zum Skilaufen in die Berge. Ich habe noch etwas vergessen. Ich sollte Sie von meiner Tante, Frau Raffke, grüßen. Sie hofft, Sie bald einmal in Berlin wiederzusehen. Sie waren seit langer Zeit Ihre liebsten Gäste. Dritter Teil Besser oder schneller Ich habe gehört, dass man in Deutschland nicht so schnell mit dem Studium fertig wird wie in England. Ja, das stimmt. Heißt das, dass die Universitäten bei euch besser sind als bei uns? Das glaube ich nicht. Aber vielleicht lesen die Studenten bei uns schneller. Eifersüchtig? Ich habe vergessen, dass ich dich von Christian grüßen sollte. Er will dich in München vom Bahnhof abholen. Sag mir, Brigitte, bist du eifersüchtig auf mich? Nein, bestimmt nicht, Ute. Ich interessiere mich überhaupt nicht für ihn, obwohl wir uns gut verstehen. Was soll ich tun? Ich habe großen Hunger, aber wenig Geld. Warum gehst du nicht in die Mensa? Es ist bekannt, dass man dort billiger isst und mehr bekommt als im Restaurant. Ich frage mich nur, ob es dort auch besser schmeckt. Und es ist kein Mensch, wenn es wieder geht. Jetzt die窗 Schön, weil es dies ist schön, dass wir